Was, du? Etwa nur diese eine Scheißtür, oder? Kleiner, schmieriger, haariger irgendwas. So. Thermalgoggle, da oben bist du. Und diesmal... Nein. Okay. Scheiße, jetzt habe ich natürlich auf Speichern geduckt. Hm, ja, ähm... Ich wäre dafür, dass ich... Das gibt es nicht. Ich wäre dafür, dass ich am Anfang einfach alle umbringe. Okay. So. Da. So. So. Stop. Reset. So. Woohoo! So. 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 Jetzt kannst du mich fragen. Gut. Mach ich doch selbstverständlich. Erstmal speichern, bitte. Dann muss ich noch die Abklingzeit abwarten. Aber immerhin habe ich es dann geschafft. Äh, First Floor. Ja. Ja, kommt direkt durch. Naja, jetzt haben wir zumindest die Sniper-Weifel. Das war unfair. So. 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 Dann laufen die hier einfach an der Seite entlang. Nehmen wir hier noch was mit. Äh, speichern mal kurz hier. Oh oh. Nicht so gut. Und laufen jetzt durch. Und. Hallo. Gut. Jetzt sind wir hier durch. Jetzt holen wir uns noch das an den Leben da oben. Denn wir haben ja fast nichts mehr. Speichern. Und dann geht es weiter in die Haupthalle. Was macht eigentlich diese PSG-One? Mal gucken. Was. Labolen. Und dann. Und dann. Und dann. Cool. So. So. Wie kann ich jetzt zurück? Ah, ja. Juhu! Es war natürlich genial, das so zu machen. Level 5 ID Card. Hallo? Nein! Ja, okay. Das war jetzt natürlich doof. Wieso nur? Leben holen. Speichern. Versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal vielleicht etwas unauffälliger und zwar mit der Box. Genial. So. So. Schneller. In die Ecke. Level 5. So, den muss ich jetzt bekommen. So. Holen. Nein! Death Mask. Hmm. Game over. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Ich könnte mich schon wieder sowas von aufreben. Wisst ihr was? Ich habe hier so eine schöne... Oh. Eine schöne PSG One. Wie an mir aus kann ich ja ein paar Köpfe wegblasen. Ja. Eigentlich brauch ich nur den da oben. Da kommst du doch auch schon wieder. Schön. Ha. Damit. Nein. Bloß hier jetzt. So, jetzt. Lauf. Schön weiter. Schön, schön. Perfekt. Gut. Schnell die Keycard nehmen. In den Aufzug. Warten bis der Aufzug kommt. Der Aufzug ist da. Ins Second Floor Basement. Ja, mach ich schon. Ach. Bin ich hier schon wieder durch. Das ist schon mal gut. Und. Ähm. Doch, das ist die richtige. Gah. Na, gib mir mal den Rocket Launcher. Oh nein, das ist der Falsche. Ah, super. Ich muss noch eine weiter runter. Ah. Und dann muss ich wieder an den Wölfen vorbei. Ach, ne. Äh. Eine weiter hoch. Entschuldigung. Es ist jetzt, äh. Nicht so gerade mein Lieblingsstück. Hier wieder vorbei. Und den ganzen Wölfen. Ähm. Ähm. Naja, was man nicht alles für seine Meryl tut, die inzwischen schon längst, äh. Ich glaube, es ist so. Wir sitzen jetzt, ähm. Etwa eine halbe Stunde daran, diesen Rocket Launcher zu kriegen. Ja, ich würde sagen, es hat die ausgehalten. Na, nehmen wir mal die Fammers, ne. Falls uns mal einer richtig in die Quere kommt. Wie der da vorne. So, fein. Da bist du, mein kleines Söhnchen. Na? Empfehlst du noch was? Puh. Tut mir leid, aber ich... Oh. Das ist hier noch einer, aber ich hasse euch zu sehr, um euch am Leben zu lassen. Also müsst ihr sterben. Oh, ich fürchte... Ja, du lebst hier nicht. Du darfst noch leben. Andere müssen allerdings sterben. So, rein mit mir. Super. Hm. Oh, 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 oh. Keine gute Idee. So. 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 So.